Sie lebt noch, sie lebt noch, sie lebt noch, eine Möhre, sie lebt noch. So Leute, das Moped fährt einwandfrei. Ich habe sie aus den Hühlen rausgepackt, man muss sich auch vorstellen, sie war ja seit November gestanden, die Möhre, unter einer Hülle verpackt, weil hier in der Garage nicht genug Platz hat. Und einmal auf Anlasser gedrückt und meine Möhre ist wieder gelaufen, hat wieder geschnurrt. Das ist deutsche Qualitätsarbeit.